So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Ich muss mich gerade mal kurz orientieren, ich glaube wir waren in New York, genau. Ja, holen wir uns doch gleich mal hier die Almanach-Seite in der Nähe. Wenn wir schon da sind, ne? Ja, ich hab gerade mal überlegt, ob ich jetzt schon die Hauptmissung mache, weil nur die ganze Zeit hier den Stuff sammeln und so ist für euch ja wahrscheinlich auch langweilig. Also ich meine, mir macht's saumäßig Spaß, aber... Ja, gleich, Moment. Haben wir gleich, warte, warte. So, jetzt sieht er mich nicht. Dreh dich schon rum, ja geht doch. Na, willst du wohl? Oh, was macht der denn da? Ja, genau. So, dann holen wir uns die doch mal direkt. Jawohl, kam uns sogar entgegen, wie freundlich. Wie freundlich. So, Aussichtspunkt, Kiste, alles hier direkt in der Nähe. Kann ja direkt gemacht werden. So. Zack. Ähm, was mir so noch aufgefallen ist, also... Ich weiß nicht, ob mir das nun ein bisschen gerade so vorkommt oder so, oder woran das liegt, aber ich hab das Gefühl, dass das über Dächer laufen, ähm, in den vorherigen Teilen wesentlich schneller ging. Und tschüss. So, das hätten wir. Dann schauen wir doch mal... Äh, ui, 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 ui. Was für eine Landung, was? So, hier hoch, genau. So, mal schauen, was wir mit dem Aussichtspunkt Neues entdecken. Ich hab ja an sich... Hallo? Kannst du mal hochklettern, bitte? Connor? Hallo? Na, dann halt hier. Na, hier geht's auf einmal, was? Am Arsch. So, ähm, ich hab zwar die Karten mir gekauft für Federn und Schatztruhen und allem möglichen Krimskrams, aber ich hab ja... Oh Gott, ey, Moment, ganz kurz. Ich muss da kurz hoch... Alter Schöne, ey. Das geht mir grad hier ein bisschen auf den Sack. So, jetzt aber. Genau, ähm, ich hab mir zwar die Karten gekauft für Federn und Schätze und allem drum und dran, aber ich hab ja nicht alles damit abgedeckt. Ähm, deswegen kann man immer noch Neues entdecken. Nichts Feldbewegendes, vermute ich, aber... Ups! Ah, immerhin, ne? So. Aussichtspunkt ist synchronisiert und... Jawohl, wir haben gar nichts gefunden, geil. So, ich würd sagen... Ich würd mal sagen... Die Schatztruhe ist dran. Das mach ich, äh, ich geh jetzt hier... Mach danach dann das... Danach das... Dann das... Dann geh ich da unten lang, da lang, nehm das noch mit... Und arbeite mich dann darüber zur Hauptmission und dann geht's mit der Hauptmission weiter... Und das darunter mach ich später. Dahin schaff ich's wohl nicht. Wund soll ich denn hier springen? Dahin? Wirklich? Oh. Uh! Ah! Ja! Oh, da ist der Wagen. Verdammt! Scheiße, ey. Na ja, klar. Na ja. Oh, verdammt. Ähm, ich muss mal eben ganz kurz unterbrechen. Bis gleich. So, da bin ich wieder zurück. Mich hat hier eben so eine abgefuckte Wache... Äh... Oder eine abgefuckte Wache hat es hier eben gewagt, mich... Zu schubsen. Das geht nicht. Ähm, ich weiß jetzt nur leider nicht, welche das war. Und bevor ich wieder hier... Ähm... Einen Krieg anzettel in der Stadt... Geile Sache. Ähm... Bevor ich das mach... Halten sie eh gedrückt um beim... Achso, ja, mehrfach Clown. Genau. Jetzt hab ich schon wieder vergessen, wo ich gerade war. Hm, egal. Ach, da kommt die Treppe da nicht hoch. Was für ein Spacken. Das würde selbst ich hinkriegen. Ach, egal. Zurzeit können keine Rekruten gerufen werden. Am Arsch. Natürlich können die gerufen werden. Halsmaulhündchen. Böser Hund. Jawohl, ja. Ich würde mal sagen, Zeit für Schwert hier, ne? Oh, ja. Jawohl, ja. Oh, das sind nur Bobos hier... Äh... Alter, was das für Spacken hier alles sind, was? Zack. Gib's hier erstmal aufs Maul. Ja, genau. Weißt du, kämpft gerade mit dem anderen, kann aber so wie ich alles kontern. Jawohl, verrecke, du... Penis. Was, was, was ist mir nicht eingefallen als Penis? Voll die Leichenberge hier so Schloss knacken. Das kann ja wieder heiter werden. Versuchen wir es mal. Ja. Jawohl. Nein. Jawohl. Nein, das darf nicht sein. Ich muss los. Sehr schön. Das Schlossaufbrechen hat ja ganz gut geklappt. Wenigstens keine Minute gedauert oder so. Tausend. Ach, komm. Bisschen mehr könnt ihr da ja wohl reinstecken, was? Egal, muss ich hier noch ein bisschen erplündern. Mal schauen, was wir hier so finden. Oh, ein Giftpfeil. Sehr gut. Eine Rauchbombe. Auch gerne gesehen. Ja, mach ich. Was los, Hündchen? So. Muss sein. So viel Zeit muss sein. Was hat der denn da gerade gemacht? Egal. Ich will hoffen, ich kriege hier noch ein paar Pfeile oder so. Den dicken da plündere ich auf jeden Fall gleich auch noch. Ja, mach ich später. Hab ich jetzt keine Zeit für. Ja, holt die Wachen, da hab ich mehr zu. Alter, immer diese Lecks. Und die Leichen scheinen zu despawnen. Auf jeden Fall. Das ist unheimlich. Das ist komisch. Egal. Ich würde sagen, wir helfen jetzt hier nochmal den Bürgern. Oh, ja. 70 Meter. Na gut, das ist ja wenigstens nicht ganz so weit. Beim letzten Mal waren es ja über 100 Meter. Ne? Decken wir hier auch gleich schön die Karte mit auf. Ein bisschen noch. Naja, ein bisschen zumindest. Sogar auch schön abgesetzt. Richtig sogar abgesetzt. So. Gut. Macht eigentlich Spaß, so ein Tumult anzuzetteln. Aber egal. Was wollte ich als nächstes? Ah, genau. Das wird spaßig. Fort Washington dürfte das sein, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ich laufe in die falsche Richtung. Mal schauen. Was es da gibt. Da ist wahrscheinlich wieder eine dicke, fette Kiste drin. Ups. Was die dann auch wieder 10.000 oder so bringt. Wäre richtig geil. Oh, ja. Haben die gerade Englisch gesprochen? Na, egal. So. Ne? Mal schauen, wie wir da am besten reinkommen. Also, über das Wasser wird schwer. Ja, die haben hier... Warten wir mal außerhalb hier. Oh, Moment. Warte. Machen wir das anders? Scharfschütze. Nein, das wollte ich nicht. Achso, brauchen beide gleich, oder was? Oh, Scharfschütze. Er stellt sich direkt davor. Bam. Ein Geniestreich. Aber... Ich mugle mich jetzt hier einfach durch. Scheiße, da sind noch mehr. Was? Alter, wie geil war das denn? Mal eben kurz die zwei hier abgefuckt. Jawohl, ja, gut. Ha. Was? Wer schießt denn da noch? Achso. Ich guck mich hier noch... Ich spring hier noch mal ins Wasser, wollte ich sagen. Genau. So, jetzt dürften die ja wieder... Ja, ganz entspannt hockt der sich da erstmal hin. Ach man, jetzt hört schon auf mit eurem penetranten Alarm hier. Das ist aber auch scheiße, dass es da immer nur einen Eingang gibt. Komm, da muss es mehrere geben. Ich guck mich jetzt nochmal... Oder ich nehm den Haupteingang. Tja, jetzt habt ihr mich drin. Verdammt! Wieso jetzt? Uh, hier gibt's sogar noch Dings zu retten. Zack, 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 zack. Ja, du hast fett verschissen, Junge. Oh, okay. Ach komm, wieder so einer. Joa, komm, leck mir doch die Klöten. Ja, am Arsch! Joa, genau! Alter, was ist denn... Diese Motherfucker immer, ey! Sind immer dieselben Pissnaken. Jawohl, jetzt hab ich ihn aber... Alter, der hat geschrien wie ne Frau. Wie ein kleines Schulmädchen. Alter, wie die einfach nur gnadenlos... ...keine Chance haben hier, ne? So! Oh, geil! Soundlos! Wie heftig! Oh man, naja, kommt vor. So, was hab ich gehört? Pulverreserven in die Luft jagen? Mach ich doch gerne. Oh, es gibt einen zweiten Eingang, seh ich gerade. Oh man, kaum hat der Alarm aufgehört, wird er gleich wieder losgehen hier, weil ich jetzt hier, äh, die Geschichte in die Luft puste. Ich hoffe, das Trinken ist nicht so laut in der Aufnahme. Oh, verdammt! Jetzt weg! Ah! Ja, ganz entspannt. Ein Glück bin ich hier hochgeklettert, Alter! Leckt mir ja mal Arsch! Zack! Boah, ich bin voll unsichtbar, Arsch-Scheiße. Juhu, kommt her! Habe ich was zu tun? Jawoll, ja! Und der letzte? Ne, doch noch nicht. Oh, verdammt, ich hab ein bisschen die Ziele gewechselt nebenbei. Oh, und fett in die Luft gehauen. Mal ehrlich, wie brüllen die denn hier rum? Also, ich meine, die werden gerade abgestochen und... Ach, egal. Egal. Ich schau jetzt mal, wo der Weg hier lang führt und ob es hier überhaupt eine Kiste gibt. Ich will's ja hoffen. Wird erst mal hier die neue Flagge gehisst. Was heißt neue Flagge? Die Flagge der Patrioten. Runter mit dem alten... ...Lappen. Oh, ja! Kann man das nicht irgendwie überspringen? Rein zufällig nicht. Ach, ja. Wenigstens muss ich mir das nur siebenmal antun. Ah, da sind eigentlich auch gar keine mehr übrig. Die, naja. Die sie rausschmeißen können. Naja, wobei, so viele könnten vielleicht gerade noch übrig gewesen sein. Fort Washington ist nun unter Kontrolle der Patrioten. Belohnung niedrigere Steuern für Handel. Geil. Ah, was höre ich denn da Feines? Das ist oben. Oder was? Ne, Moment. Ich höre es hier glitzern. Jawohl, ja. Was soll denn damit? Eine Truhe. Kn...